und ab hier rüber klingt mir irgendwie nichts probieren wir gleich nochmal ja wir gehen ja außenrum na gut ich hab grad schon gedacht wo bin ich jetzt hier ist das sonst nichts also ich versuche es nochmal aber ne ich kann hier nichts greifen komme ich hier irgendwie so durch ne ok ich vermute hier geht es dann einfach vielleicht noch nicht weiter weil mir noch eine Fähigkeit fehlt oder ähnliches ist ja auch nicht so schlimm dann würde ich sagen ich gehe hier zurück aber vorher Luft holen halt weiter 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 au dies lieber nein das war so dumm gerade wirklich oh ja schön hier wollten wir lang äh nein da hin und dann wahrscheinlich hier rüber schön guck aber mal hier unten durch oh vorne okay schieß sonst hat es hier ja nichts aha gut ich will das hier haben ich will das hier haben uiuiuiuiui ei 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 diese fledermäuse und tschüss puh ein oben wieder ausrüsten schön schön komme ich hier runter nein so was haben wir denn hier noch hier haben wir noch irgendein Fragment was haben wir hier noch das Gerücht die Frage ist wenn wir diesem Gerücht gleich mal nachgehen oh hier haben wir noch ich muss nochmal zurück kann ich das gerade übers sehen ich da gerade wirklich einfach vorbei na warum komme ich da jetzt nicht ran ich kann mich da nicht festziehen doch danke Gott sei Dank Dankeschön schießen oh noch ein Stück noch ein Stück äh ich hab das doch schon geholt ich hab das doch schon gesammelt vorher jetzt bin ich ein bisschen irritiert äh es irritiert mich jetzt gerade wirklich hart ja nice wahrscheinlich weil ich nicht rausgekommen bin dann oder zum Glück hab ich nochmal geguckt gerade peace ganz komisch ouch ich weiß auch ehrlich gesagt nicht wie ich hier rauskommen soll da sehe ich irgendwas okay dann halt so aber ich glaube nicht dass es so gedacht ist aber I don't know you want to wow ich hätte auch oben dann können na egal Heilung oh halt die Heilung nehme ich mit ok ok le map mal zurück ja dann Da kann ich mich auch hin teleportieren. Da kann ich mich auch hin teleportieren, by the way. Gehe ich jetzt dem Gerücht nach? Komm, wir probieren es mal. Lassen wir mal ein paar Nebenquests machen. Autsch. Oh, nein. Ui, ui, ui. Ich gehe wieder herunter. Komm. Dieses Fragment da unten rechts, das macht mich immer noch wahnsinnig. Ich laufe jetzt aber oben rum. Weil ich da oben noch was gesehen habe. Nein. Nein. Oh Gott. Schön. Schauen wir hier weiter nach links. Mal kurz speichern. Und dann noch ein bisschen links und runter. Da müssen wir jetzt ja rein können irgendwie. Irgendwie muss ich hier unten rein können. Ja. Lass mich. Er lebt noch. Oh. Schön. Oh, da rechts lang ist auch noch irgendwas. Komm ich hier irgendwie raus. Was ist eigentlich mit dem Feind hier los? Okay. Muss ich da rechts lang auch kurz mal schauen. Mann, ich rutsche von einem ins nächste. Nein. Aber das macht auch so Spiele irgendwie aus. Und das gefällt mir. So. Dann hier runter. Genau. Jetzt kann ich hier nämlich auch tauchen. Da komme ich nicht durch. Hier runter. Russian. Das ist schön. noch ein bisschen Erz. Und da oben ist auch noch was. Also hier war ich ja schon. Was ist das hier? Was habe ich hier eigentlich gelegt momentan? Habe ich den Schlag gewechselt? Ich denke schon die ganze Zeit. Ähm. Ein bisschen über uns. Also quasi. Hier. Dann. Ja. Ja. Einung. Speichern. Keine Zeit für dich. Ciao, ciao. Und auch für dich habe ich keine Zeit. So. Noch weiter nach links. Sonst haben wir hier nichts. Geht so ultra verdächtig aus hier. Aber okay. Na. Ein weiterer Lebenszelle verfolgt bin ich. Wie viel habe ich jetzt eigentlich schon? Denke ich das hier irgendwo? 10 von 20. Die Hälfte schon geschafft jetzt. Map. Ja. Ja. Dann gehe ich mal hier runter jetzt. Bin gespannt wie weit ich jetzt hier komme. Da komme ich nicht durch. Welch Überraschung. Da brauche ich irgendeine Fähigkeit noch. Die habe ich noch nicht. Dann werde ich aber versuchen mal hier rechts lang zu kommen. Äh links. Nicht rechts. Links. So. Haben wir hier noch irgendwas im Wasser? Auch wenn hier die Feinde sind. Und? Nein. Oh. Klapp. Es geht auf jeden Fall. Warum? Nein. Autsch. Nope. Ey. Es ist viel zu spät. Ich muss hier einen späten Moment erwischen. Zu spät. Oh shit. No. Ja. Von rechts wäre es natürlich deutlich besser. Ui. Es ruckelt deswegen jetzt. Oh Gott. Danke. Ähm. Ich heimle mich jetzt kurz. Nein. Schön. Oh. Was haben wir hier? Das ist für eine schöne Atmosphäre. Ja. Komm. Geht nicht kaputt. Ich bin mir fast sicher, dass ich das kaputt machen muss. Gieß dann. Probieren wir nochmal. Okay. Aha. Dann muss ich die hier. Glasen. Luftglasen. Okay. Luftglasen sind hinüber. Und ich bin hinüber. Okay. Okay. Die hängt da jetzt fest. Das geht. Das ist okay. So. Jetzt die Luftblase. Und jetzt weiter hier. No. Really? Jetzt bin ich da? Okay. Dann kann ich mich jetzt hier hin teleportieren. Aber muss ich wahrscheinlich erstmal aus dem Wasser raus. Und jetzt sterbe ich erstmal. Weil das reicht mir definitiv nicht mehr. Utsch. Komm, Uri, schneller. Dachte jetzt natürlich nicht, dass man da so jetzt gleich wieder... ...da hinkommt. Na ja. Nicht so schlimm jetzt. Kann ich mich jetzt von hier teleportieren? Ja. So, dann teleportieren wir uns jetzt kurz da hin. Heute noch, bevor ich wieder im Wasser bin. Danke. Okay. 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 Nach unten ging er nicht. Nach oben müssen wir uns wo rauskommen. Das heißt, ich würde gerne probieren, jetzt noch hier hin zu kommen. Einfach nochmal prüfen. Das heißt, rechts und runter. Einfach zwischendurch mal checken, ob man da jetzt reinkommt irgendwie. Ja, und weiter nach rechts. By the way, komme ich hier jetzt. Komm, ich da halt. Auch hoch. Zack. Zack. Schön. Da runter. Oh, hier unten war das. Wüsste halt auch immer noch nicht, wo genau ich da was aktivieren kann. Hier sehe ich auch nicht. Und das ist mir fast schon wieder zu weit weg, aber ich gucke trotzdem noch kurz hier unten rein. Okay. Da waren nur diese Geistersplitter drin. Stopp. Ich habe leider immer noch keine Idee, wie ich da reinkommen soll. Weiß nicht, ob man dafür noch irgendwie ein Skill bekommt oder sonstiges. I don't know. Okay. Da unten brauche ich nichts mehr. Hier können wir noch hin. Heißt, ich kann mich kurz hierhin teleportieren. Zack. Machen wir auch kurz. Bitte nicht. Okay. Macht nichts mehr aus. Dachte schon. Heißt, links und runter droppen. Ich bin froh, dass ich das mit dem Teleportieren jetzt freigeschaltet habe. Ich habe die Fähigkeit vorher nicht gesehen. Autsch. Ja. Das ist jetzt schön sauber hier. Das sollte man hier auch irgendwie durchkommen. Autsch. So natürlich nicht. Schwimm. Schwimm, Uri. Uiuiui. Und dann gucke ich links natürlich auch noch ins Becken rein. Wenn ich schon da bin. Nee, sieht mir nicht so aus. Außer hier noch. Nope. Map. Ja, sieht ganz gut aus jetzt. Hier könnte ich noch lang gehen, by the way. Und das checken wir auch mal noch kurz ab. Wenn ich hier nach links gehe. Was da eigentlich war. Was da ist, was da ist, was da ist, was da ist. Hier war einfach gar nichts. Warum sieht es denn so extrem aus, als könnte man hier weiter gehen? Moment. Das kann nicht sein. Also Leute, das sieht doch komisch aus auf der Map hier, oder? Das sieht doch aus eindeutig, als würde hier einen Weg weiter gehen. Aber ich komme hier nicht lang. Nach unten geht es auch nicht. Strange. Ganz, ganz komisch. 100 pro Saison, als würde hier der Weg weiter gehen. Aber vielleicht ist es auch einfach blöd geschnitten. Okay, wir müssen zu Quolok zurück. Quolok. Heißt, wir teleportieren uns hier hin. Dann würde ich aber hier unten nochmal schauen. Was da war. Und dann geht es, halt, und dann geht es zurück zu Quolok. Durch das Teleportieren kommen wir jetzt natürlich auch deutlich schneller voran in dieser Spielwelt. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr den zweiten Teil findet. Hattet ihr genauso viel Spaß am zweiten Teil, äh, wie am ersten? Findet ihr ihn sogar besser, als den ersten? Ich, für mich, kann, glaube ich, sagen, dass ich den zweiten nochmal schöner finde. Und auch, ähm, um Spielerrissen her, nochmal eine Schippe draufgelegt hat. Und damit habe ich nicht gerechnet. Dann war ich da oben schon. Junge, 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 ist ja gut jetzt hier. Heilung. So, danke. Ich glaube, hier war ich schon, ja. Nein. Wie? Ja, hier runter. Noch weiter runter, nein. Oh, nein. Ich vergesse manchmal, dass die Gegner explodieren am Ende. Ja, klar. Er spuckt jetzt. Hm. Ich spuck zurück. Ah, hier komme ich nicht runter. Fehlt mir irgendwas. Okay. Dann zurück zu Quolog, aber ich glaube, ich teleportiere mich wieder hoch. Bevor ich jetzt da wieder hochlaufe. Ich denke mal, das wird schneller gehen. Übrigens muss ich mich noch für die, nicht die Folge davor, die Folge davor passt vom Sound, aber die zwei Folgen da davor, also die Nummer 6 und 7, da war der Sound leider etwas leiser. Also ich hatte vergessen, denn ich habe da gestreamt über den PC und habe da den Sound etwas leiser machen müssen und habe dann anschließend vergessen, den wieder hochzustellen. Das tut mir an dieser Stelle leid. Aber wenigstens war der Sound überhaupt an und ich habe ihn nicht vergessen, ganz anzumachen. Hat mich selber genervt jetzt im Nachgang. Und ich konnte ihn leider jetzt auch nicht mehr lauter machen, weil ich die Audio-Spur dafür nicht mehr hatte. Klingt das so? Ja. So, lieber Quolog. Dann das mal hören. Die Moki erzählt mir, dass du das klare Wasser dazu gebracht hast, erneut zu fließen. Der Gestank, der einst über dem Brunnenquell schwebte, ist fort. Unser Sumpfland steht in deiner Schuld. Der Weg östlich des stillen Waldes ist nun offen. Doch gib Acht. Dort lebt sie, die von den Moki Schriek genannt wird. Ihr Herz ist zu Stein erstarrt. Ihr Schrei bedeutet die Leid. Ich bete, dass du deinen Freund, deinen Freundin findest, bevor sie es tut. Uh, stiller Wald, finde Kuh. Quest abgeschlossen. Ich gehe jetzt hier noch ein Stück weiter. Und teleportiere mich dann zurück in die Stadt, um da ein paar Gulek-Erz abzugeben. Oh. Hallo Mokis. Die Mühle ist wieder in Betrieb. Das Wasser fließt. Zauber. Quietschende Mühle. Rauschendes Wasser. Jetzt können wir fischen. Jetzt können wir schwimmen. Juhu. Und vor allem könnt ihr jetzt vielleicht. Na klar. Au. Mia. Ich hasse Wasser. Come on. Ich will hier hoch. Oh, das reicht nicht mehr. Ach, das reicht. Hat es hier irgendwas? Ähm. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Aber da komme ich nicht hoch. Aber wie soll ich denn dann da hinkommen, bitte? Ich kann mich ja da nicht durch. Okay, das könnten wir tatsächlich einmal probieren. Ob das geht. Schwimmen. Weil die Schüsse kommen hier ja nicht mit. Nein. Nein. Geht einfach nicht. Lass mich kurz sterben. Also, keine Ahnung. Vielleicht bekomme ich da auch noch eine Fähigkeit. Weil ich kann ja den. Ich kann mich ja nicht aus dem Wasser rausschleudern oder sowas. Da komme ich auch nicht durch. Nope. Oder links. War noch irgendwas? What? Das muss ich gleich nochmal checken. Ja. Hört mich kurz. Oh. Konnte ich bei Quolok irgendwo ins Wasser? Tatsächlich. Gar nicht mitgekriegt. Autsch. Sehr schön. Habe ich sechs. Ja, die andere Seite checke ich auf jeden Fall auch noch ab. Wimmel, Uri. Schön. Und tot. Hat das jetzt gezählt oder nicht? Und nächste Frage. Hat das Golek Erz gezählt oder nicht? Ja, ich probiere es. Ich muss nochmal rüberschwimmen. Nein, habe ich es nicht. Dann nervt es mich wieder. Ja, guck. Au, 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 au. Mal kurz hier Atem holen. Mal runter. Mhm. Gut versteckt hier. Ja. Ja. Ähm, wie soll ich denn da hinkommen jetzt? Irgendwie hatte ich es gerade beinahe geschafft. Ja, so ging es. War das jetzt alles hier? Ich glaube ja. Achso, dann kann ich mich eigentlich jetzt... Ne, hier gibt es ja nichts zum Teleportieren. Oh. Dann können wir jetzt hier weiter zum stillen Wald, heißt er, glaube ich. Peace. 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 Kommt da was? Schön. Wow. Mann. Vorsicht, Ori. Dieser Wald ist uns nicht wohlgesinnt. Er gehört jetzt ihr. Wir werden ganz vorsichtig sein. Stille Wälder. Er ist tot hier. Dann... Au, 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 au. Okay, alles klar. Aber dann will ich nochmal hier drüben hin. Weil hier war was. Genau. Schön. Oh. Ah, nochmal. Nein. Nein. Ah ja, ein bisschen zu früh. Moment mal. Was hat es denn hier Schönes? Key. Hallo Key. Ah, Lichtträger. Deinesgleichen ist nicht willkommen in meinem Garten, als die Bäume dich am meisten brauchten. Ja, da warst du weg. Zieh doch nur, mein Garten ist praktisch tot. Kalter Stein, rauer Staub. Nur ein Baum hart noch aus. Ah, selbst sie ist nicht unversehrt. Verlasse diesen sterbenden Ort, ja, wie es deinesgleichen bereits getan hat. Es sei denn, du kannst meine letzte Tochter heilen. Trage ihren vergifteten Ast, Lichtträger. Binde einen Naturheiler. Mach wieder gut, was deinesgleichen falsch gemacht hat. Er sieht grau und leblos aus. Okay, neue Nebenquest. Komme ich jetzt doch einfach schnell wieder runter. Ne? Autsch. Nein, das wird mein Tod sein. Nein. Genau eine Millisekunde zu spät. Ja, jetzt bin ich aber auch wieder. Manchmal will ich einfach zu schnell durch diese Stelle durch, weil es einfach zu leicht ist. Und jetzt mache ich genau den gleichen Bock misst schon wieder. Warten. Jetzt. Nein, wir warten jetzt einmal. So, jetzt reicht es aber. Nein. Shame on me. Really, shame on me. Oh Gott. Das ist schon wieder so knapp. Okay. Da drüben hat es Golem, Golem, Golek, Erz. Da komme ich jetzt aber gerade so nicht ran. Boom. Nice. Oh Gott, ist das gerade schlecht. Komm schon. Diesmal nicht. Oh, da unten haben wir was. Nein, wo bleibt es denn? Okay, ich darf nur den einen erwischen. Und nicht den anderen auch. Ich muss jetzt quasi zu dem hier. Um dann zu dem hier zu kommen. So, jetzt geht das Ganze gut. Und jetzt können wir auch hier weiter. Hier brauchen wir Schlüsselsteine. Ich habe noch nicht. Doch, ich habe einen. Und hier ist der zweite. Rein hier. So, so ein Portal wäre jetzt ganz gut. Still lag der Wald wie Asche und Knochen. Oh oh. Oh. Da ist er ja. Oh. Wie süß. Weg hier. Weg hier. Ui, 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 ui. Es war Zeit heimzukehren. Gefallene Freundin, verlassene Freundin, verlassene, stillen Wald. Wenn ich jetzt fliege. Okay, schießen kann ich auch nicht mehr. Halte RT gedrückt, während du in Luft bist, um zu gleiten. Dann. Oh, das war ja. Ui. Ja, weil ich von oben nicht mehr konnte. Kann ich absteigen? Moment. Ich kann doch hier das Feuer entfachen. Oh shit. Ganz ungewohnt jetzt plötzlich, die Steuerung. Kennt man so jetzt natürlich gar nicht. Nachher drüber. Und hier kann ich jetzt natürlich auch viel länger draufbleiben. Ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch. Und hier lang. Der feindliche Sinn? Ne. Du strahlst hell, Geist. Du störst die Stille. Unsinn. Sie hört, sie sieht. Und du? Ja, du bist gleich zu sehen. Wir halten uns an die Stille. Jene, die es nicht tun. Ah. Sie werden nie verschwinden. Einfach hier. Ja, ich. Oh. Wird wahrscheinlich zwei brauchen. Ja, da ist nochmal einer. Hier rein. Nee. Ja, wo hat es den zweiten? Ja. Wie komme ich da rein? Oh, ich darf nicht. Ich brauche vier, oder? Ist echt, ist richtig. Okay. Gucken wir mal, ob ich wirklich vier brauche, oder ob ich mich getäuscht habe. Ich brauche vier Stück. Na. Ach, da komme ich auf jeden Fall nicht rein. Hat es hier vielleicht noch welche? Hier. So, nochmal. Kolek Erz. Moment, hier könnte noch was sein. Ja. Drei. Dann fehlt noch einer. Mal den hier mit. Aha. Nein. Aha, shit. Okay. Lass mich leider gleich nochmal machen. Dachte, ich kann nochmal springen in der Luft. Oh, warte. So, hier einfach landen. Zack. Oh, da komme ich jetzt aber so gar nicht ran, oder? Nee. Oh, Moment. Doch, geht. Geht. So. Oh, oh. Oh, shit. Sie hütete die Stille. Okay. Okay, rein hier. Ah, knapp. Ah, knapp. No. Jetzt kann ich eigentlich hier die Platte wegmachen, oder so. Aha. Nee, keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Ich vermute mal, ich werde hier als Uri auch noch durchkommen müssen. Oh. Oh, oh. 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 kruder. Oh. Den hab ich jetzt nicht mehr. Na. Ich will doch nur hier rüber. Und zurück. Aber irgendwie eine coole Abwechslung jetzt hier mit der Eule. Und die Stille wurde gewahrt. Oh nein. Uiuiui, knapp war das. Knapp, 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 knapp. Da komme ich nicht durch. Oh oh. Nooo. Möcht ich da hoch? Ja. Oh shit. Der Weg heim so nah und doch so fern. Läuft. Oh shit. Ah, ein Portal. So now I gotta say goodbye.